Ja, ich kann mal eure Hilfe gebrauchen. Ich habe nämlich Angst, mein Auto alleine zu lassen. Ist das krankhaft? Ist das komisch? Sule ist mir so wichtig und es ist mein Ein und Alles. Es ist halt irgendwie... Ich habe Angst, dass sie geklaut wird. Ich meine, gerade nach den letzten zwei Jahren ist es halt wirklich ein wichtiger Gegenstand in meinem Leben. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Wow, ich bin tatsächlich noch ziemlich überwältigt, weil wenn ich meinen Kopf in die Richtung nach rechts strecke, dann kann ich den Horizont sehen, kommen langsam pastellfarbene Himmel- und Wolkenmuster und ich sehe das Meer. Und ich kann es sogar hören. Ich kann das Meer hier im Camper, während ich mit euch spreche. Ich kann das Meer hören. Ich bin mal leise, vielleicht hört ihr das auch. Na, ich glaube, das funktioniert leider nicht. Da muss ich mal ganz nah rangehen für. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall im Meer, nicht am Meer angekommen. Im wäre schön, aber dafür ist es leider viel zu kalt. Und ich habe vorhin im Pulli da gesessen mit zwei Hosen übereinander. Also Latzhose und darunter noch eine Sporthose. Und es ist richtig kalt und ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass, ja, so ein bisschen gischt immer an den Pulli ran. Und ja, ich glaube, bald werde ich feuchte Sachen haben, obwohl ich die nicht nass habe, wegen dem Salzwasser, was in der Luft ist. Aber das ist dann halt so. Dann muss ich halt waschen gehen. Ist auch in Ordnung. Aber egal, das ist vollkommen belanglos gerade. Sondern ich bin angekommen, ich bin am Meer. Hey, juhu. Und ich bin ziemlich fertig. Vielleicht hört man das auch. Und jetzt habe ich ein richtig großes Problem. Ja. Sule ist mir so wichtig, dass ich Probleme habe, sie alleine zu lassen. Ich stehe jetzt hier an einem Ort, der auch eigentlich kamerageschützt sein soll. Es ist eine Sackkasse. Hier sind die ganze Zeit Fußgänger, Fahrradfahrer, Inliner, die halt vorbeikommen. Und ich möchte gerne in die Stadt rein, weil ich, ja, meine Podcast-Folgen hochladen möchte. Noch ein Video bei YouTube hochladen möchte und alles Mögliche erledigen möchte. Vielleicht nochmal ein bisschen Käse kaufen. Oh, ich liebe italienischen Käse einfach. Oh, meine Güte. Ja, jetzt habe ich Sule schon gewendet, weil Sackkasse, saueng, hatte ich echt Probleme. Aber, hey, ich habe es geschafft. Und habe jetzt mich schon in die richtige Richtung gestellt. Ja, und zwar ganz nah an diese Mauer. Damit zwei Türen auf jeden Fall schon mal nicht zu öffnen sind. Und jetzt bleibt nur noch eine. Und, ja, die ist jetzt halt Richtung Weg. Es sollte in Ordnung sein. Es sollte eigentlich alles perfekt sein. Und warum ich jetzt hier mitten am Tag, naja, okay, 17.15 Uhr, am Handy, nein, am Mikrofon hänge. Ja, es ist ganz schön bedeckt draußen. Es ist zwar eine richtig geile Stimmung, aber es ist richtig bedeckt. Und, ja, jetzt glaube ich, muss ich gleich mal losmachen. Ich drücke mich ein bisschen davor. Ich sage, ja, okay, ich spreche noch was auf. Ja, okay, ich repariere noch das hier. Ja, okay, also ich prograsziniere einfach gerade so krass, dass ich nicht in die Stadt fahre, um mich in ein Café zu setzen mit WLAN, um mal da weiterzuarbeiten, weil ich Angst habe um Sule. Also, könnt ihr mir irgendwie schreiben, irgendwas sagen, irgendwie helfen, dass ich diese Gedanken loswerde? Ich finde das ganz furchtbar. Ah, naja, okay. Eine, ähm, ein bisschen verzweifelte Sprachnachricht aus dem Süden heute. Aber immerhin habe ich es geschafft, endlich ans Meer zu kommen. Und das heißt, ab jetzt geht es immer der Küste entlang, bis ich dann, ja, angekommen bin in Barcelona für einen kurzen Stopp und dann, ja, weiter, bis ich wieder nach Hause fahre. Crazy. Crazy life auf jeden Fall. Liebe Grüße. Hilft mir. Schreibt mir. Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Ich weiß ja gar nicht genau, wer eigentlich immer diesen Podcast hört. So, von manchen höre ich immer mal wieder was und bei anderen höre ich gar nichts. Ich weiß gar nicht, hörst du in meinem Podcast? Wenn ja, dann oute dich doch mal und erzähl mir mal. Kannst mir auch gerne Feedback geben, so wie es so ist und ja, so weiter. Ja, diese Folge war vielleicht ein bisschen, ja, schwierig, aber vielleicht kannst du mir helfen. Ich bin ein bisschen verzweifelt, hört man das? Ich bin verzweifelt. Ich möchte Sule nicht alleine lassen. Egal. Habt einen schönen Tag. Ciao. Eure Gina.